hallo mein rada jetzt packen wir deine bestellung du hast ja bestellt zweimal das xl schiffchen und zweimal den gebrochenen stift in blau ich habe jetzt versucht ein bisschen unterschiedliche zu nehmen aber ähnlich sind sie ja alle genau so dann bekommst du noch das und du bekommst heute ein türkisches auge in pink vielen dank liebe mein rada für deine bestellung